Wir präsentieren euch drei Klassen der Männerphysikathleten, was genau nimmt, sogar vier Klassen, beginnend mit der Männerphysik-Klasse bis 1,75 Meter. Die Athleten dürfen nicht größer sein als 1,75 Meter. Frontansicht bitte, 152 bitte, Frontansicht. 13 Athleten, die ich euch vorstelle, für der Startnummer 143, Chang-Hun Chang vom Stronger Send Yesterday, 144, Sascha Robotec vom Powerhouse Ludwigsburg, 145, Kamil Adam vom Sportclub Duisburg, 146, Daniel Kilian von der Nutrition Lounge in Hamburg, 147, Claudio Caramone vom MEX Sport in Stuttgart, 148, Marc Filter vom Bodygym in Bad Schlema, 149, Mohamed Naderi Pur vom Vitalis Fitness, 150, Aiham Juha vom Zentrum für Athletik in Darmstadt, 151, Luca Klingenberg vom Fitnesscenter Schad, 152, Ben Bittama, Sportstudio Sülzen, 153, Yawed Sultani vom Glocks Fitness, 155, Marien Diefenbacher vom Bodybuilding-Verein Waldorf, und 156, Alaeddin Manana Ali vom Muscle Supplement Shop Dortmund. Und 156, Alaeddin Manana Ali vom ãbrennen 106, Alaeddin Marien Leave Leidu 257, Alaeddin Manana Ali vom Lounge 251,eli Dich 404, Sultani, 258, Sultani und 259, Sultani Ein homogenes Teilnehmerfeld, viele Topathleten, Qualität und Quantität auf einem Niveau, 13 an der Zahl, die sich für die internationale deutsche Meisterschaft hier in Bochum qualifiziert haben. Wir starten mit einem ersten nummerischen Vergleich, fünf Athleten in Reihenfolge ihrer Starter-Nummer. Bitte in der Frontansicht stehen, ganz mal ernst. Führte Drehung nach rechts, und richtig, komm, aus, noch ein bisschen krieg, ja, so ist gut. Rückmärmse. Kopf zur Seite, Kopf zur Seite, los, los, los. Führte Drehung nach rechts, aus, aus, und wieder nach vorne. Frauen kann sich alle einnehmen, gerade stehen, ein Bein ausstellen. 149, Front, beide ganz mal, Beine auf, durchstrecken und eines ab. Führte Drehung nach rechts. Rückmärmse. Rückmärmse. Geil, geil. Rücken 90. Seiten 90. Und nach vorne, Frontansicht. Und nach vorne, Frontansicht. 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 Gerade stehen und ein Bein haben wir jetzt. Vierter Drehung nach rechts. Rücken 90. 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 Seitenansicht und zur Frontansicht Applaus So kommt der Lied, schön stehen Schön für die Welt jetzt kommt Ja, so Es wird gerechnet, die Kampfwichter arbeiten, man sieht es deutlich an den angespannten Gesichtern. Man's Physik eine schwierige Kategorie. Zum ersten Vergleich nach vorne Startnummer 143. 144, 149, 150 und 152. Alle bitte in der Frontansicht stehen, gerade stehen und ein Bein ausstrecken. Viertelung nach rechts. Viertelung nach rechts. Viertelung nach rechts. Viertelung nach links. Obni der Quartansichtごora으니 efekt. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein! Komm rein, komm rein, komm rein! Straftatung 145, 146, 148, 153, 155. Ruim, komm rein! Kaap, komm rein! Zit de drie omhoog rechts? Vier, vijf, 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 vijf. Rukken aan zich. Viertel-Drehung Seitenansicht. Zur Frontansicht zurück. 145 und 148 bleiben wir auf der Bühne, die rechtlichen Athleten können zurücktreten. Und dazu noch 147, 151 und 156. Die 147 zwischen 145 und 148, bitte rein. Die Startnummer bitte 100, dass man es sieht. Die Startnummer, die nicht hält, ist die 147. Viertel-Drehung nach rechts. Rückenansicht. Viertel-Drehung Seitenansicht. Und wieder nach vorne Frontansicht. Die Startnummer mit 5, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 11, 11, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 18, 18, 20, 20.